Und dann Moinsen zur Saisonanalyse oder eher noch ein Recap einfach des Saisonverlaufs mit natürlich auch gemischt noch Meinung und ein bisschen Einschätzung von mir mit drin. Und ich dachte, dafür gehen wir mal ein bisschen schöneres Setting, mal hier hochgewandert fast. Einiges zusammenzufassen gibt es, legen wir los und das Ganze chronologisch. Fangen wir also an mit dem Sommertransferfenster von ganz Beginn an und auch noch davor quasi aus Vergleichsgründen aktuell. Wir hatten einen absolut richtig, richtig geilen Trikotsatz 22, 23 Abgänge, die Davi keine Verlängerung bekommen. Wir haben sieben Spieler verliehen, unter anderem Sanko, drei Spieler ablösefrei, unter anderem auch Clement, der Goat, Philipp Förster ist der erste, der für Kohle gewechselt ist nach Bochum. Drei Millionen noch für Maffeo bekommen für das Missverständnis, Trinov dreieinhalb Millionen, Mangala 13 Millionen, Kalajdzic 18 Millionen. Spieler ohne Perspektive weg, vor Lien nicht ganz losgeworden, Kalajdzic gab es ein bisschen Drama, sonst war glaube ich alles nachvollziehbar und okay, was da abgegeben wurde. Zugänge, drei Jugendspieler hoch, Ito für Bockstarke 400.000, Dinos auch 3,2 Millionen, komplettes Schnäppchen. Pirea 2,4 Millionen, Pfeiffer für 2,85 Millionen und Wagnermann für 3,7 Millionen. Später noch Zagadou dann offiziell ablösefrei, aber da wissen wir ja auch in Summe irgendwie bei sieben Millionen mit einem Signing-Bonus und für die Berater. Und hier und da, Pirea, naja bisher, Pfeiffer muss man leider als Flop bezeichnen, Wagnermann mittlerweile top, am Anfang auch so ein bisschen gebraucht. Ito und Dinos brauchen nicht groß zu überreden, gerade Ito, riesen Fan von ihm. Dachs so natürlich ein bisschen teurer jetzt, wenn man das mit dem Ablösefrei mal aus dem Kopf räumt und am Ende natürlich wieder klassischerweise etwa 25 Millionen Euro Transferplus. Die Hinrunde, gestartet in der Konstellation, Werle, Missentat und Matarazzo. Schweres Los gehabt, Pokal für eine erste Runde mit Dresden, aber 1-0 gepackt das Ding. Gute Saison schon auch gegen Leipzig, 1-1. Erstes Mal das Stadion ohne, ja Unterrang, sag ich mal, von der Haupttribüne, also mit den Umbauarbeiten das erste Mal gesehen. Müller, starkes Spiel gemacht gegen Leipzig und hat sich da ein bisschen Hoffnung gemacht, vielleicht ist es jetzt die Saison von ihm. Starker Punkt in München auch, Last Minute, unschieden geholt, Girasie mit Startelfdebüt, Bock stark gemacht, aber eben weiterhin 0 Siege. Nach dem Bayern-Spiel war, glaube ich, auch die Mitgliederversammlung dann der schöne Werle-Alleingang. Kedira, Lahm und Gentner geholt, aber ey, entspannt euch alle mal ein bisschen. Der neunte Spieltag ist einer zu viel für Matarazzo, ein weiteres Spiel ohne Sieg zu viel für Matarazzo. 0-1 gegen Union, die Entlassung, 100 Spiele, 1015 Tage im Amt. Eine kleine Ära ging vorbei und eine weitere zeichnete sich ab, denn Missentatsvertrag läuft im Sommer 2023 aus. Alles nur Aufschieberei, es gab nur Laberei, nur hier Gespräche, da Gespräche, aber es passiert einfach nichts. So wird dann auch kein neuer Trainer geholt, sondern erstmal der Co-Trainer Michael Wimmer macht weiter. Der holt die wichtigen Heimspiele, auch irgendwo Heimpflichtsiege, wenn du im Abschiedskampf noch ein bisschen was zu melden haben willst. Auswärts holt er allerdings nichts. Bochum 4-1, Augsburg Last Minute 2-1, Hertha 90 plus 8 und dann ist auch schon quasi die WM. Aber davor noch das, wie gerade schon gesagt und was auch irgendwo klar war, Missentat wurde, wie gesagt, Einschätzung von mir mit drin, Missentat wurde erfolgreich vertrieben. Der neue VfB in Anführungszeichen, der neue alte VfB-Weg, der seit 2019 eingeschlagen wurde, noch von Hitzesberger damals Missentat und Rino ist vorbei. Ist vorbei, nach drei Jahren, ich sag mal auch Konstanz einfach, ist der alte VfB zurück. VfB Herbst, Trainerwechsel, ja unbeliebte Führungskräfte, alles wieder sehr schwierig. Wohlgemut Labbadia übernehmen das Ding, Wimmer geht zu Austria Wien, sein erster Cheftrainerposten. Unter ihm übrigens Platz 11 in der Wimmer-Tabelle, Expected Points, Platz 7 und der schöne Bruno, seinen VfB retten, ist ja noch nie abgestiegen. Dann das Winter-Transferfenster, das erste Fenster für Wohlgemut, Werle und Labbadia. Wieder ein Plus gemacht, logischerweise Armada hat den Mangala ersetzt. 2.20 von Juve geliehen, dann 2.21 für 1,5 Millionen geholt, Hintergrund herangeführt, auch ein paar Einsätze bekommen dann. Und dann eben 2.22, 2.23 dann Stammkraft geworden und dann eben inklusive des schnellen, teuren Weiterverkaufs 12 Millionen zu Crystal Palace. Eigentlich echt das Paradebeispiel von diesem Weg beim VfB. Junge Talente holen, ausbilden und teuer weiterverkaufen. Da ist Armada echt ein perfektes Beispiel gewesen für, eben auch in der Schnelle, wie schnell er weg war und wie viel Kohle wir bekommen haben für ihn. Sonst ist noch TBD für gute 2,6 Millionen verkauft worden. Klassischer Fall von Reißen, das soll man nicht aufhalten. Diaz und Haraguchi für je 1 Million geholt. Und ja, zu Beginn Verstärkungen, die geile Hütte von Diaz im Pokal, nun aber mittlerweile unter Hoeneß aussortiert. Wurde aber auch unter anderen Trainer geholt, unter Labbadia eben noch. Jedes Transferfenster aufs Neue ein Plus, so irgendwann nimmt man es nicht mehr ab. Das war schon da furcht so, aber ich glaube, spätestens im Winter hat es angefangen, dass die Ersten davon richtig, richtig genervt waren. Wir reden von Corona-Einbüßen. Wir hatten zwei Abstiege, die nicht lange her sind, ein teurer Stadienumbau. Ja, irgendwann reißt da der Faden bei den Fans. Dann die Rückrunde, das wird jetzt ein bisschen länger. Ungewöhnliche Saison mit der WM dazwischen. Im Januar ging es dann weiter. Dann eben Labbadia beginnen die vogelwilde Idee mit Waldemar Anton als Rechtsverteidiger. Das Team in eine Viererkette gepresst und die Idee ging nicht auf. Auch bei ihm, wie bei Materazzo auch, auch bei Wimmer. Die gesamte Saison sich nicht belohnt auch, war auch mit dabei. Aber die Spielidee war trotzdem vogelwild. Ähnlich wie bei Materazzo fehlte lange dieser erste Sieg auch unter Labbadia. Wer weiß, wie es gelaufen wäre mit einem Sieg zum Beispiel im zweiten Spiel. Bei Labbadia war es im sechsten Spiel, dass er da war in der Bundesliga. Das 3-0 gegen Köln. Das erste Heimspiel ohne Gegentor seit April 2021. Das ist natürlich auch komplett geisteskrank. Die Woche davor hat Bredlow dann Müller abgelöst, ersetzt, nachdem der gegen Freiburg krank war. Und eben typisch VfB auf den ersten Sieg folgte eine komplett jämmerliche Niederlage auf Schalke die Woche darauf, die noch am Leben gehalten. Generell Materazzo und Labbadia ein paar Parallelen da. Beide hatten das erste Heimspiel mit einem 1-1 und danach ein 2-2 auswärts mit Gegentor in 90+. Bei Labbadia war es bei der absoluten Auswärtsübernahme in Hoffenheim. Über 7.000 Fans da gewesen an einem Dienstagabendspiel und eben die nächste Parallele auch der Entlastungszeitpunkt nach einer Länderspielpause. Statt da zu handeln, kriegt Labbadia noch eine Woche, bekommt noch eine Woche, um dann eben im Spiel darauf 3-0 bei Union zu verlieren. Ja, also das kann man nur mit What the Fuck betiteln, was das für eine Aktion war, dem eine Woche noch Länderspielpause zu geben, Vorbereitung zu geben, dann zu sagen, ey, vielleicht gewinnt er ja aus Versehen 0-4 bei Union, dann können wir weitermachen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Matarazzo-Tabelle übrigens Platz 17, nach Expected Points war da Platz 13 drin, Labbadia-Tabelle, ja, schön Platz 18. Aber, ey, nach Expected Points, so erwartbaren Punkt nach den Statistiken, wäre in der Zeit, wo Labbadia da wäre, Platz 8 drin gewesen im Bundesliga-Vergleich, auch vorgewillt. Und ein Problem, für das Labbadia dann halt nichts konnte, war die lange Gerasi-Verletzung. Vom 19. Spieltag gegen Bremen, da war es irgendwie noch 20, 15 Minuten, war es da Schluss, bis eben zur Einwechslung bei Union Berlin am 26. Spieltag, war der Mann nicht da. Und danach war ja auch schon für Labbadia Schluss. Es kam der vierte Trainer und endlich ein Treffer, ohne jetzt irgendwelchen Trainern was böses zu wollen, gerade Matarazzo nicht. Aber, um es hier zu nennen, vier Trainer und der vierte war ein richtiger Treffer die Saison. Sebastian Hoeneß startet im DFB-Pokal, was auch, finde ich, manche juckt es ja nicht groß. Ich fand es sehr, sehr geil, ein sehr, sehr geiler Nebenschauplatz im Pokal wieder weit zu kommen. Auch die Auswärtsfahrt, stimmungsstarkes Auswärtsspiel in Nürnberg, war richtig, richtig geil. Der VfB kommt endlich mal wieder weit. Das erste Mal seit zehn Jahren wieder im DFB-Pokal-Halbfinale. Das hat schon richtig gebockt, wie gesagt. Auch danach in Bochum das Sechs-Punkte-Spiel, gefühlte Neun-Punkte-Spiel, wenn man es übertreiben will, gewonnen. 3 zu 2 Siegen auch da. Der erste Auswärtssieg seit Dezember 2021. Die nächste nach der Heimspiel-Serie mit ohne Gegentore. Die nächste komplett absurde Serie, die gebrochen wurde. Ein verrücktes 3 zu 3 gegen BVB direkt dahinter und das war irgendwie so ein bisschen das Paradebeispiel für diesen Hoeneß-Fußball. Zurück zur Dreierkette, zurück zu den Wing-Back, zurück zu dem, was die Spieler seit drei Jahren eigentlich nachts um drei quasi auswendig aufsagen könnten, wie sie spielen. Attraktiverer Fußball, ein Zusammenhalt war da und eben an sich selbst glauben, die Fans mitnehmen, Spirit drin haben, Kampel-Qualitäten drin haben. Trotz Unterzahl und 0 zu 2 zur Halbzeit und eben noch ein 3 zu 2 nach Aufholjagd in der Nachspielzeit. Machst du es 3 zu 3? Das war Paradefußball. Das war ein absolut wahnsinniges Spiel. Ja, das dumme Ding bei der Hertha ist auch passiert, aber sonst starke Phase gewesen. Und ich gehe so weit und sage, Hoeneß hat uns gerettet. Fertig aus. Fans, Mannschaft und Trainer eben auch eine komplette Einheit gewesen. Dortmund war ein absolutes Stimmungs-Highlight. Wieder so ein Gefühl von This is why we love football von 4 zu 4. Damals im Halbfinale war es auch eine absolut überragende Stimmung gegen Frankfurt. Leider nicht geklappt. Kein Finale, unglücklich gelaufen. Dann, ja, war es kurz enttäuschend. Ist ganz klar, das Hoffenheim-Spiel war kurz enttäuschend. 4-1 gegen Mainz gewonnen. In Mainz gewonnen. Das kommt zu Hause. Hoffenheim schlagen dann Fersding nach Hause. Doch nicht gemacht. Die Ehrenrunde in der Relegation. Typisches Beispiel beim VfB. Dass es beim VfB einfach nicht einfach geht. So ist einfach so. Am Ende war das aber eben trotzdem halt nice. So 6-1 in Summe lief dann doch echt alles gut. Und um das nochmal auch als Gutes rauszuheben. Für die Relegation sage ich mal, auch wenn es natürlich nichts Gutes ist grundsätzlich. Das Heimspiel gegen HSV war wirklich atemberaubend. Das ist wirklich der Begriff, den ich da immer verwenden werde. Das war eine unfassbare Stimmung. Auf den Donnerstagabend Relegations-Heimspiel gegen HSV. Das war unglaublich. Klassenerhalt geschafft. In der Hoeneß-Tabelle übrigens Platz 5. Also auch in der echten Tabelle. Wenn man nur die Spiele rein, die Hoeneß in der Bundesliga bei uns trainiert hat. Platz 5. Und es wäre keine Saisonanalyse bei mir auf dem Kanal, wenn es nicht noch ein paar Statistiken und Daten zur kompletten Saison geben würde. Auf die gesamte Saison gesehen. Expected Points. Also zu erwartbare Punkte. Die Statistik. Während wir mit 47 Punkten auf Platz 8 in der Bundesliga. Ja, die Realität ist quasi doppelt so viel. Platz 16. Genau dieselbe Saison gespielt wie auch schon die Saison davor. 33 Punkte. Gleich viele Siege. Nämlich 7. Und schienen auch gleich viel. 12 Niederlagen. Genau dasselbe. Auch 15. Nur diesmal eben Platz 16 statt Platz 15. Weil, ja, beispielsweise gegen Hoffenheim eben hat dieses eine Legendo-Tor gefehlt. So wurde es die Relegation. Lebensversicherung Nummer 1 ist Seru Girasi gewesen. Alle zwei Spiele ein Tor. Elf in der Bundesliga alleine. Endo, Führig und Silas je fünf Tore gemacht. Sosa, logischerweise die meisten Vorlagen mit sieben. Endo hat da fünf. Dauerbrenner an Waldemar Anton. Alle 34 Spiele plus auch Relegationsspiele plus auch Pokalspiele. Er war immer am Start. Immer am Start. Eine absolut wichtige Säule geworden. Ja, die kurze Phase als Rechtsvertrag war nicht so gut. Aber da konnte er auch recht wenig dafür, glaube ich. Mal, Frau Panos, ligaweit die beste durchschnittliche Zweikampfquote. Endo in der Top 4 der insgesamt gewonnenen Zweikämpfe. Und der VfB als Verein auf Platz 3 der insgesamt gewonnenen Zweikämpfe in der Bundesliga. Das war kein Problem. Problem wie immer, Riesenproblem ist die Chancenverwertung. Wir belohnen uns nicht. Das ist so der Slogan für diese Saison, für die letzte Saison. Eigentlich fast gefühlt immer in den letzten Jahren. Wir haben die viertmeisten Torschüsse abgefeiert nach dem Bayern, nach Dortmund und nach Leipzig. Aber eben, die Toreausbeute sagt was anderes. Die Punktzahl, die Siege sagen alles was anderes. Gerade unter Hoeneß starke Einwechslungen. Drittmeiste Jokertore in Summe dann. Drittmeiste Punkte nach Rückstand geholt. Auch das, Kampelqualitäten, sehr, sehr stark gewesen. In Summe trotzdem eben vier Trainer. Eine Drei-Jahres-Konstanz ist vorbeigegangen. Eine VfB-Saison Level Hardcore. Eine VfB-Saison schlechthin. Habe eine Umfrage gemacht zum Spiel der Saison. Da ist Endo und Gerasi ganz vorne dabei. Also Endo auf 1, Gerasi auf 2. Nach bisschen Abstand dann Dinos, Anton und Ito. Wir hatten viele mittelmäßige bis schwache Spiele. Einige, einige Tiefschläge. Schon mal aufgelistet im anderen Video, im längeren Podcast-Stil. Aber die besonders schwachen Spiele waren Schalke zu Hause, Bremen zu Hause, Schalke auswärts, Wolfsburg zu Hause und Hertha auswärts, finde ich. Aber eben auch geile Spiele dabei gewesen von Stimmung, von generell gutes Spiel halt einfach war. Bayern auswärts, Bochum zu Hause, Augsburg zu Hause, Hertha zu Hause. Last-Minute-Action. Halbfinaleinzug in Nürnberg war nicht das geilste Spiel. Aber eben diese Auswärtsfahrt, die gesamte Südkurve hieß es, glaube ich, bei Nürnberg eingenommen. Grandios. Bochum auswärts, Dortmund zu Hause, gerade schon vorhin angesprochen. Mainz auswärts und Relegation am Ende dann doch noch gut gelaufen mit dem 6 zu 1 in Summe. Und das gesamte Ding wieder so eine Saison wieder eben mit dem jüngsten Team der Liga. Und dann zum Schluss noch der Versuch von dem Fazit. Ich habe ja schon einige Punkte angesprochen gehabt, auch über die Videos in der Saison natürlich viel, viel angesprochen. Auch viel mehr angesprochen, weil es so ein bisschen eine Zusammenfassung der langen und vielseitigen Saison. Es war mal wieder, wie schon angesprochen, eine absolute VfB-Saison. Du hast wieder absolut mehr Lebenszeit verloren, als irgendwie nötig war. Aber der Verein kann einfach nicht normal. Und es war auch eben in irgendeiner Form ein Rückschritt. Zurück zu so einer Vier-Trainersaison, zurück zu Chaos in der Verbindung zu den Fans. Werle und Co. haben sich echt keine Fans gemacht. Die Beratergeschichte war komplett frech. Die Saison durchgängig im Abstiegskampf. Ja, abartige Negativserien, wie vorhin schon angesprochen. Wenige, wenige rare Erfolgserlebnisse. Klar, Geilers-Milzige waren dabei. Weit im Pokal gekommen, das war ganz schön. Und eben zum Ende vor allem unter Hoeneß dann auch einige absolute Stimmungshighlights noch bekommen, weil es eben wieder besser lief. Wir Fans, habe ich hier gar nicht groß angesprochen, aber eben jetzt hier im Fazit nochmal ganz groß mit dabei. Wir konnten wie immer nichts für diese Saison. Brutaler Support, heim wie auswärts. Egal wie lange man da sieglos war, zum Beispiel auswärts. Geile Choreos und eben auch erst wieder geschaut. Vor allem sehr, sehr viele Choreos, Junge. Also wirklich viele Choreos, viele Pyro, viel Banner. Richtig, richtig einen rausgelassen in dieser Saison. Absolut abgeliefert, also mehr als nur abgeliefert. Und eben, wie gesagt, mit das Beste. Man beendet die Saison trotz allem irgendwie doch, oder ich zumindest, mit einem positiven Gefühl. Platz 5 in der Tabelle, wenn man nur die Hoeneßspiele mit reinnimmt. Boxstarker Relegationsklassenerhalt. Eben das Gefühl, du hast einen richtig geilen Trainer am Start. Die Mannschaft kann mit dem Trainer. Die spielen wieder Fußball im Vergleich zu eben Labbadia davor vor allem. Am Ende ist eben auch ein paar schöne Marktwert-Updates noch bekommen. Gerasi auf 14 Millionen hoch. Ito auf 10 Millionen hoch. Wagnermann auf 8 hoch. Mio auf 7 hoch. Du hast da Spiele, auf die du dich richtig freuen kannst. Natürlich eben jetzt die Frage Transferfenster. Wer bleibt davon? Wer geht davon? Das eben jetzt der große Transfer. Das nochmal steht noch an. Wir haben noch Zeit bis zum 1.38. Es wird sich bestimmt noch ein bisschen was tun. Aber eben auch, auch ohne das jetzt wieder, die 100-Millionen-Marke zu hoch zu heben. Wir wissen alle, wie es eingesetzt wird. Und dass wir jetzt nicht ein Transferbudget von 100 Millionen haben. Aber eben ein bisschen mehr finanzielle Absicherung durch Porsche. Auch wieder da, wie du beispielsweise hast, habe ich auch im Video angesprochen. Eine gute PK. Da kam ein Werle gut weg. Da kam ein Vogt gut weg. Das war ein ganz anderes Bild damals noch auf der PK mit den Beratern zum Beispiel. Generell einfach viel mehr positive Vibes. Gerade nach der Saison, finde ich, durch den guten Saison, durch das gute Saisonende. Durch eben auch das versöhnliche Saisonende, Klassenerhalt, mit Hoeneß und geilen Typen am Start. Und das ist eben so ein bisschen das, worauf man sich so ein bisschen Hoffnung machen kann. Natürlich nicht alles perfekt jetzt. Torwart-Frage und so Geschichten, Transfersammer steht alles noch an. Aber alles in allem, glaube ich, einfach, dass man jetzt so ein bisschen positiver in Zukunft schauen kann. Ich tue es auf jeden Fall. Klar, die Saison wieder, wie letzte Saison auch. Die Saison sogar noch krasser vom Unterschied als in der letzten Saison. X-Points, Statistiken, Leistung und dann Punkte, die hinten rauskamen. Man hätte es sich viel leichter machen können. Man hätte es schon viel früher die Klasse halten können. Wie gesagt, der große Slogan ist, man belohnt sich nicht. Natürlich, wie immer, gerne eure Meinung zur Saison. Was habe ich vergessen? Ihr habt bestimmt irgendwas vergessen. Saison war lang. Saison war vielfältig. Fazit, muss ich sagen. Fällt auch immer schwer, so kurz runterzubrechen. Deswegen gerne in die Kommentare, was euch noch einfallen würde. Was noch wichtig war. Das ist auch, was ich vielleicht nicht mit drin hatte. Vielleicht euer eigenes kurzes Saison-Fazit. Gerne in die Kommentare damit. Wie immer, gerne natürlich auch Like und Abo da lassen. Ganz klar Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.